Ach komm, hast du mir den jetzt auch wieder geklaut? Ich kann verstehen, warum die Community so scheiße salty ist hier. Alter, das fuckt mich jetzt so enorm ab, ne? Victory is forever. Ja, ja, Victory is forever, dein Mutter is forever, Alter. Hey Kinderz, was geht bei euch ab? Herzlich willkommen zur zweiten Folge League of Legends. Mein Computer will mich heute wieder richtig fett verarschen. Ich hab eben das geilste League of Legends Video der Welt aufgenommen und die Voice ist weg. Audacity hat sich einfach gesagt, weißt du was, weißt du, was ich heute mach? Ich kack ihm in den Mund und kleb ihn dann zu. Hier könnt ihr meine Stats sehen, ich war der verfickt beste Spieler. Klar, wir haben gegen Bots gespielt. Was saulustig war, weil ich am Anfang dachte, es wären Menschen. Ich hab gefeiert wie ein Kind, als ich die ersten paar Kills gemacht hab. Und ihr seht, ich hab 16 Kills gemacht. Ich bin nur einmal gestorben, weil ich bei denen in die Base reingerannt bin, bis nach hinten hin. Es war ein saugeiles Video und die verfickte Voice ist nicht da. Richtig geil, ich muss es nochmal von vorn aufnehmen. Es ist gleich 1 Uhr und ich muss in 5 Stunden wieder aufstehen. Ich muss es noch rendern und ich bin vorneweg bis 3 Uhr wach. Aber für euch mach ich's halt gern. No kinders. Also, gehen wir hier ins Home und machen halt das nächste Spiel. Es macht ja Spaß. Aber im Ernst, es macht mir echt Spaß. Ich mach hier wieder diese Intro-Geschichte, weil ich ja noch recht schlecht bin, obwohl die Leute gerade echt bad waren. Also, meine Mitspieler, ihr habt's ja gesehen. Die waren schlechter als ich. Ich spielte das zweite Mal in meinem Leben und die Leute sind schlecht. Ich war der Beste, wie geht denn das? Außer es galten bei ihnen die gleichen Umstände, wer weiß. Gut. Ich suche jetzt Koop gegen Bots, weil ich kann PvP ja noch nicht machen, oder? Ich kann PvP spielen. Soll ich jetzt echt PvP spielen? Oh Gott, ich werd so, ich krieg so die Nuss aufgerissen. Ich mach jetzt noch ein Spiel gegen Bots und ihr sagt mir bitte jetzt, ob ihr es gutheißen würdet, wenn ich sofort für das dritte Video praktisch dann hier PvP, Classic, Summoner's Rift und Normal. Ob ich das spielen soll im dritten oder ob ich nochmal gegen Bots spielen soll. Gut. Ich suche jetzt ein Spiel und ich sag's einfach mal so, wie es ist. Gib einen Daumen nach oben, dann muss ich nicht toben. Wir haben schon ein Spiel gefunden. Achtung, Achtung, Achtung. Ich spack nämlich kurz, gleich geht Fraps hier aus und dann muss ich, äh, das ist ein bisschen kacke. Ich nehm natürlich wieder die Arsch. Ja, kann ich die vielleicht nehmen jetzt? Nein! Nein, nein, nein! Nicht die Tussi! Nein! Weil irgend so ein Piss hat die schon genommen, oder was? Ich weiß doch nicht, wie man mit der anderen Trulla spielt. Na, mit der Escher hab ich eben 16 Millionen Kills gemacht. Was ist denn das für ein hässliches Kind? Alter, das fuckt mich jetzt so enorm ab, ne? Ich war mit der Tussi so richtig edel am Start, jetzt hab ich so'n Bock dabei. Wer ist denn das? Was macht man mit dem? Was kann der überhaupt? Der kann springen, oder was? Das ist mir schon zu kompliziert, Alter! Scheiße! Na, das wird ja wirklich ein Superspiel, ne? Erst fickt mich Audacity so dreckig an und jetzt kommt die Scheiße noch. Ich fang an zu schwitzen, Kinders! Typisch, oder man will noch schnell was aufnehmen. Noch ganz fix! Bevor man ohnmächtig wird. Leute, ohne Witz, haut die verfickten Daumen raus! Sonst rast ich aus! Egal, Take Nummer 2, ich kann jetzt das gleiche sagen wie vorhin auch in der ersten Aufnahme. Also, ich freu mich schon auf die ultra nice Community, ich hab gehört, das ist die uns haltigste Community der Welt. Und das ist auch grad gut so, weil ich fang sofort an zu weinen, wenn mich jemand so'n bisschen angreift. Geht's ja auch langsam mal los, verdammt! So, das verschissene Schild ist gekauft, ich geh wieder an meine Posi, die hab ich eben auch gespielt im ersten Spiel. Der sieht immerhin ganz cool aus, irgendwie, aber ich kann so jemanden nicht spielen. Ich kann nur Archer spielen, Leute, die von weiter weg schießen. Beziehungsweise, ich will so jemanden nicht spielen. Ich möchte Archer spielen, was ist das hier eigentlich? Ja, okay. Ping oder so, ne? Ja, kann's mal losgehen hier mit den Minions. Ja, aber nicht, jetzt hab ich hier noch ein Dödel stehen, der mich dann von hinten abnervt. Es war voll einfach perfekt, es war voll einfach perfekt. Ich war ganz klein hier oben, hab bosshaft die Leute weggeklatscht, ne? Und jetzt sowas. Jetzt hab ich hier so'n Bock stehen, ich bin so'n anderer Bock und alles sind Böcke. Verpiss dich, Mann! Darauf komm mal rein, du blöder Bock. Okay, das ist dieser edle Sprung, den man hier machen kann. Gut, gut. Na, 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 na. Victory is forever. Na ja, Victory is forever, dein Mutter is forever, Alter. Executed? Das ist schon jemand verreckt, ne? Wow, was haben wir jetzt gemacht? Dieser Sprung war nicht geplant. Super cool, jetzt bin ich hier voll am Abnippeln. Sag mal, klaut der mir hier die Kills? Oh Gott, jetzt bin ich ja gleich tot. Ah! Na ja, komm, geh mal zurück und kauf ein bisschen was ein. Auf 470 ist aber irgendwie nichts, ne? Ja, geil. Hopp, renn, renn, renn! The Summoner is disconnected. Bleibt mehr für mich, verstehe ich? Bleibt mehr für mich. Alter, verpiss ich, das ist mein Kill. Ja! Wow, 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 wow. Alter, wie ist denn das jetzt passiert? Ich kann einfach nicht dieses nahe dran spielen. Ich kann es nicht. Ich brauch Helden, die weit weg stehen und nie Damage fressen und einfach die ganze Zeit draufkloppen. Sowas brauch ich. So Leute, die auch rein richtig nerven, weil man denkt, Alter, der ist ja immer noch am Leben da am Rand. Wisst ihr, sowas. So, jetzt gehen wir mal schnell zurück und kaufen noch ein bisschen was ein. Wir können auch diesen Stock des Todes holen. Und das war es schon wieder, ja, edel. Ich hab direkt noch ein paar Tränke gekauft. Okay, alles klar. Ach ja, sieht eigentlich auch recht hilfreich aus, die Geschichte. Kann man auf jeden Fall beibehalten, denke ich. So, gehen wir zur Seite jetzt. Ich muss hier doch mal wieder besser werden als alle Zamme. Ich hab mir gerade echt den Kill geklaut, der Hund. Ajo! Ja, er ist auf dem Killing-Spray, natürlich. Gut, es läuft. Das Dingern war gleich down. So, bam! Und da wurde dann ein bisschen ge... Ah, da ist er gekillt worden, Alter! Oh, der hat's gerade weggeportet. Man, das hätte mein zweiter Kill werden können. Ich kann stack mir einfach alle Kills weg. Leute, chillt. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch auf F drücken. Shit, dude! Ah, Level up. Sehr gut. Ich mach diese, diese, ähm, mehr oder weniger passive Fähigkeiten ein bisschen hoch. Zack, bitch! Aua. Ach, komm, hast du mir den jetzt auch wieder geklaut? Ich kann verstehen, warum die Community so scheiße salty ist hier. Guck mal, wir sind zu dritt. Was soll denn das? Wollt ihr, dass unten alles durchkommt, oder wie? Wie darf ich das verstehen? Wow, 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 ich bin echt ultra low. Ich geh mal zurück und kauf noch was ein. Also der Kerl ist gar nicht so übel. Mir gefällt er so mittelprächtig. Ich hab in der ersten Aufnahme ultra viele Fragen gestellt. Ich hab jetzt alle vergessen. Oder sie haben sich geklärt, keine Ahnung. Das ist ein bisschen kotig. Was ist das jetzt eigentlich hier für ein Charakter? Bin ich jetzt hier ein Tank, oder was? Ich hab schon mal das Wort Jungler gelesen. Ist Jungler sowas wie ein Tank, oder ist das was ganz anderes und so? Ja, mit Schwillen, jetzt haben sie mir Biddingkill geklaut. Geht doch jetzt alle weg. Grabt euch ein. Schon wieder klaut der Biddingkill? Was für ein räuliges Stück Scheiße, Mann. Ich verpisse mich jetzt. Tschüss, ich geh jetzt irgendwo hin, wo kein Schwein ist. So, hier bin ich wirklich für mich. Okay, ich glaub, ich bin eben zum Ultra-Hardcore-Mufocker aufgestiegen. Oh-oh. 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 Scheiße. Oh-oh. Das war knapp, meine Herren. Es ist ja schon wieder hier Inmate, der hier rumtanzt und mich nervt. Ja. Nein. Was ist jetzt los? Ha-ha-ha-ha. Mit Absicht hab ich das gemacht. Keine Ahnung, was grad los war. Wahrscheinlich, weil ich das hier anhatte, ne? Ich war kurz so ein Überviech. Ja, die Truller war das. Was rennt ihr schon wieder hier bei mir rum? Ich fahre jetzt doch ganz runter auf die Lane. Ich geh jetzt da runter. Ich guck mal, ob da einer ist. Nee. So, da will ich jetzt hin. Und weh, es folgt mir irgend so ein Humongolus. Also nächstes Mal muss ich echt gucken, dass ich sofort dieser Ash nehme. Ich muss da eben erst mal schauen, wie die aussieht. Alter, wie der Truftklop. Komm, den verschissenen Turm ziehen wir ab. Wir hätten meine Creeps angreifen und die anderen Creeps. Hört auf. Sofort. Hört auf, hört auf, ihr Kleine. Und dann machen wir weiter. Ha-ha. Müsste da eigentlich easy drin sein hier, der Win. An diesem Körmchen. Und zack. Bam. Jetzt kommt hier zwar kein anderer Bot-Spieler an, aber ich kann immerhin mit der Truppe hier vorpirschen und gemütlich aufleveln. Und da haben wir das nächste Turm down gemacht. Weiter geht's. The Summoner is disconnected. Warum verpissen die sich ja dauernd? Wo gehen hier die ganzen geilen Kämpfe ab? Ich will auch mal wieder jemanden natzen. Ich hab erst zwei Leute gekillt. So, kram. Na also, jetzt laufst du doch, Alter. Und schon sind wir fertig. Deswegen jetzt richtig, richtig flott. Meine Voice wurde durchgehend aufgenommen. Ich bin glücklich und zufrieden. Und jetzt auch nochmal, herzlich willkommen Nummer 3 an alle neuen Abonnenten und Abonnentinnen. Im Moment explodiert der Kanal voll. Ich weiß echt schon, was los ist. Aber hallo. Schön, dass ihr zur Community gehört. Und wir werden noch ganz groß, Alter. Die Tumobler machen's.